Das ist Familie Fink. Sie wohnt seit kurzem in Hofgeismar und unternimmt am Wochenende gerne was in der Region Nordhessen. Doch die Planung ist immer mühsam. Auf verschiedenen Webseiten suchen sie die Ausflugsziele wie Tierpark, Hochseilgarten und Restaurants zusammen. Ganz schön anstrengend mit zwei Kindern. Und das sind Matthias und Adriana. Sie machen eine Radtour durch die Grimm Heimat Nordhessen und übernachten an verschiedenen Orten. Gerade erst haben sie zufällig beim Vorbeifahren einen Hofladen entdeckt und freuen sich. Doch sie fragen sich, was können sie die nächsten Tage in der Region noch erleben? Sie fragen in ihrem Hotel nach. Der Hotelier zeigt ihnen eine neue App. Hier sind sämtliche Cafés, Restaurants, Hotels, Hofläden, Schwimmbäder, Minigolfanlagen, Kletterparks, Wander- und Radwege sowie alle möglichen Veranstaltungen in der Region Nordhessen zu finden. Besonders gut findet er die vielen Geheimtipps von Einheimischen. Der Plan für die nächsten Tage steht. Abends gehen sie in das Restaurant neben dem Hotel und lernen die Besitzerin Anna kennen. Sie erzählt, dass sie gerade neu eröffnet hat, aber noch wenig Besucher kommen. Obwohl sie Werbung macht, lecker regional kocht und im Hof großartige Konzerte veranstaltet. Das macht sie traurig. Matthias und Adriana erzählen ihr sofort von der neuen App der Grimm Heimat Nordhessen. Mit der hat man alles im Blick und man kann mit der Umkreissuche schauen, wo es was gibt in der Umgebung. Diese App kannte Anna noch nicht. Sie ist Feuer und Flamme und schreibt sofort eine E-Mail an visit-at-grimm-heimat.de, um sich bei der App eintragen zu lassen. Jetzt ist Annas Restaurant auch in der App. So finden ganz viele Besucher ihr Restaurant und genießen ihre tollen Hofkonzerte und das leckere Essen. Auch Familie Fink hat die App entdeckt. Über einen QR-Code am Eingang des Tierparks. Mit der App haben sie es nun viel leichter bei der Wochenendplanung. Mit der können sie nicht nur alle Ziele planen und buchen, sondern auch die Fahrt mit Bus und Bahn. Nach dem Zoobesuch finden sie auf dem Marktplatz des Orts eine interaktive Infotafel, die auch nochmal alle Informationen bereithält. Jetzt ist Familie Fink richtig entspannt. Das allerbeste an der App? Die ganze Region Nordhessen wird abgedeckt und sie wird ständig aktualisiert, sodass immer neue Ausflugsziele und Locations hinzukommen. So wird die Region gestärkt. Aus der Region für die Region. Haben auch Sie ein tolles Angebot für Touristen und Einheimische? Dann seien Sie dabei und melden Sie sich für eine kostenlose Registrierung unter visit-at-grimm-heimat.de